Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Valkyria Chronicles 4 mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das wäre wieder da beim Scharfschützentraining von Kai. Äh, genau. Jetzt... Ja, wir können nicht weiter zurückgeworfen werden als hier. Das ist schon mal ein Vorteil, weil ich gespeichert habe. Ja, jetzt will ich aber mal noch versuchen, alle ins Auge zu bekommen. Weil sie trifft ja eh nicht, das wurde immer noch gesagt. Ich will es trotzdem nochmal versuchen, bitte. Keine Ahnung, wo der hinging. Naja. Aber so hat sie schon mal mehr Leute quasi im Blick, wenn auch nicht unbedingt die wichtigsten. So, die Frage ist nämlich, wie agiere ich mit den Leuten, die ich noch habe? Wie kann ich die Aufmerksamkeit quasi weglenken, sodass ich hier das letzte Ziel erwischen kann? Ich glaube, die Idee wäre... Dass ich... Ah. Dass ich... Den hier abhälere? Und jetzt? Da komme ich nicht durch. Niemals. Wer ist da? Just a cat. Okay. Let's see how good a shot you are. Did you hear something? I could have sworn. Äh, der ist dort hinten. Den bringen wir auch nicht so leicht weg. Yep. Okay, nochmal überprüfen. Jetzt haben wir einen Baum hier gefällt. Es sieht die Person, die sieht jetzt nicht mehr hier nach unten. Heißt das, die Idee wäre, mit Raz da durchzugehen? Raz hier rüber, hier runter, hier im Gebüsch. Hier wieder hoch. Ja, aber dann sieht der Ausbilder mich garantiert. Oder ich muss warten, bis der hier wieder weg ist. Ich könnte auch versuchen, mit Claude quasi wieder zurückzugehen. Der kann weiter laufen. Welche wird an dem hier nicht vorbeikommen? Ja, ist wahrscheinlich die Idee, die das Spiel hat. Nicht ganz zufrieden damit, aber was will man machen? Was ist jetzt hier? Hi, Shul. Äh, ich habe gehört, dass er ein guter Schuss hat. So. Okteile Aktion beenden. So, wie weit können wir noch? Vielleicht schafft er es, aber wahrscheinlich nicht. Ja, das ist mir zu riskant. Ich bleibe mal hier unten liegen. Ja, wahrscheinlich sich die Gegner so bewegen. Genau. Das ist unschön. Hier kann ich mich jetzt also im Moment nicht durchbewegen. und der Weg ist versperrt. Die Frage ist, der hier kann nachher auch nichts sehen und der hier schaut auch nur gelegentlich mal hin. Der Typ hier ist ein Problem, aber ich denke, man kann hier unten durch und dann in die Wiese und dann hier rauf, wenn der nicht hinschaut, den Schuss abfeuern und wieder in die Wiese zurück. Das ist zumindest mal der Plan. Äh, dafür müsste ich jetzt aber die Phase beenden. Ja. 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 Finn. Ja. 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 Ich hoffe, der Stoßtrippler dort hinten sieht mich nicht. So. Und jetzt ist das große Problem noch. Der Typ dort oben, und der sollte weg sein, wenn ich die Fasse beende. Ja, du kannst gerne wieder dorthin gehen. Es ist wirklich die einzige Angst, die ich noch habe, ist, dass der Typ von oben mich sieht. Aber, ich meine, irgendwie müssen wir ja zum Ziel kommen. So versuchen wir es. Treffer, ist die Operation gelungen? Zählt das jetzt? Was, habe ich nicht schon das letzte? Ich habe es verstanden, Spiel. Aktuelle Aktion beenden, ja. Ich habe eine Adress das letzte Mal nicht getroffen. Da war ja was. Yay. Wie dumm. Der einfachste Schuss war der, den ich... Der einfachste Schuss. Zuletzt. Jetzt müssen wir sie nur noch richtig trainieren. Ah, hell mit mir. Kai, das war ganz unglaublich. Oh, es ist endlich vorbei. Mann, ich bin gebetet. Ja, ich auch. Wir können noch nicht unsere Garten lassen. Wir müssen uns zuhören und zurückkommen. Kommt, wir müssen jetzt gehen, während die Instruktoren getrennt werden. Genau. Wir müssen jetzt unsere Garten verletzen. Es wird nicht schön sein. Ja, definitiv nicht. Nord-Seerang. Was wollt ihr denn, dass Kai alle trifft in der ersten Runde? Ja, 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 ja. Und? So werden Profis gemacht. Okay. 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 Ah. Somehow. God. Das war noch mehr stressvoller, als die actualen Range, natürlich. Ich glaube, meine Haare ist voll. Hmm. Lin, ich meine, Kai. Was ist falsch? Nein, nicht wirklich. Es ist nur ein bisschen verrückt. Ich glaube nicht, dass ich so viele Mal mit einem Riffel hatte. Huh? Warte, hast du schon einen Riffel benutzt? Ja. Nach dem Zeitpunkt, dass ihr alle aufgerichtet habt, habe ich in der Hoffens-Town Watch gewonnen. Ich war der Sniper, also dachte ich, dass ich eine bessere Schuss als das. Ich glaube, die alten Zweck-Hand-Gunzen sind ziemlich anders aus den Riffeln von Federations-Federn. Warte, was? Erstens habe ich das gehört. Wenn du eine Riffel benutzt hast, sollte man zumindest einen... Warte, lass mich das sehen. Ich glaube, dass diese Schuss sind richtig. Hm? Was? Du bist richtig. Diese Schuss sind völlig weg. Wirklich? Wenn alles gut. Es ist beeindruckt, dass du so nahe mit einer Schuss in der Schuss sind. Warte, dann... Hier, setz dich richtig und probiere wieder. Klar. Was? Wie ist sie so gut? Wollseye, jeder. Sie vielleicht sogar besser als Kai. Huh, das ist viel einfacher zu benutzen als die Wachs. Diese Schöpfung ist ziemlich gut. Kai, du bist... Du bist sogar besser als dein Bruder. Ich bin Kai. Ich habe keine Bruder, nur eine Schöpfung. Alle, ich möchte dir bedanken. Du hast so viel gemacht für mich. Ich versuch' euch alle, dass ich die Fähigkeiten zurückgebe. Ich hoffe, dass wir alle zusammenarbeiten können. Das ist was du wolltest, richtig Kai? Okay, ich wusste es, also sie war doch so gut. Aber eine Story rundherum, dass sie nicht treffen konnte in der Mission. Bzw. man wollte es uns nicht so einfach machen. Äh, egal. Und das ist es. Seit dann hat Lena Kai 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 gekauft. Sie hat sogar diesen Namen gewonnen. Deadeye Kai, sie nennen sie sie. Ja. Ja, Sachen, wo er wahrscheinlich auch keine Antwort drauf hat. so. Warum ist Kai weggegangen? Kai. Der echte. Warum ging er nach dem? So einfach vorherzusehen. Was war diese schreckliche Mission, die ihn auf der Command hatte? War er nicht schuldig? War er niemals zurückgekommen? Äh... Entschuldigung. Aber ich habe keine Antworten. was sie nicht mehr gehört. Was hat keiner gehört? Von ihm ist es seitdem Lena erneu. Also war das für alles, was wir wissen. Sie können ihn sich sterben. Hah. Bitte. In der Fall, dass er so einfach sterben wäre. Es war nicht so schnell. Sie können ihn nicht nachschauen. Es war nicht so einfach. Es ist schrecklich. Sie haben keine Idee, wo er überhaupt ist. Hey, er hat mich gefragt, wo er ist. Ich habe mich gefragt, und ich sagte ja. Das Ganze auch nicht. Kein der Fall, es ist alles. Es kam mir zu nehmen. Ich habe mich gefragt, und ich sagte ja. Ja, aber das ist auch Raz. Ich meine, sie wäre auch in die Schlacht gekommen, wenn sie bei der Stadtwache geblieben wäre. Ja, dementsprechend kein großer Unterschied. Hast du ja schon mal. Ja, meine Eltern sind zurück. Ach, endlich kann ich zurück in meine Stadtwache gehen. Hey, damit wir klar sind, kann man nicht sagen, Kai, dass wir über das alles gesprochen haben? Warum nicht? Ich meine, sie hat es so schwer genug, wie es ist. Ich will nicht sagen, sie zu erzählen über ihre Brüder. Ja, ich kann das verstehen. Die zwei sind wirklich nahe, nachher. Ich hoffe, dass wir alle wieder zusammen sein können. Vielleicht zurück in Hafen. Wenn die Dinge peaceful sind. Das wäre schön. Das wäre schön. Nachdem wir Kinder waren, wir mussten sagen, bis zum Kürbisch kam. Aber jetzt können wir alle Nacht essen. Und ich habe viele Sachen zu sprechen mit euch. Ich würde wahrscheinlich stehen. Ich würde sie alle Nacht hören, von ihr trug und räusch. Komm schon, wir sollten zurückgehen, bevor wir zu weinen. Es gibt kein Ort wie in Haus. Ich würde die Haus von Haus sein. Lass mich mit dem Haus sein. Und das Haus, das Haus der Nachbarnen von dem Schneem? und das kristallmeer Lionheart ok es ist doch ein eigener charakter ok cool cool und cool ja wir schauen noch die cutscenes an ein ozean aus eis only the coldest winters gave rise to the crystal sea a floating field dotted with countless icebergs normally an inland sea the bitter cold made it a frozen wasteland impassable by ships at these times nature itself protected the imperial capital snow on the land and icebergs in the water however this winter brought an unusual sight three federation battleships charging through that frigid expanse snow cruisers these were the federation secret weapons built to pass the impassable and take the crystal sea ok gesund und munter ja ich warte immer noch auf den anschiss von minova snow cruisers hadn't shown up when they did the entire ranger corps would have died on that coast as it stood already lost over half our troops by the time they arrived after boarding we reorganized the survivors each company went to a different ship squad ease company was assigned to the operations number two vessel the centurion we're finally in a place where we can leave the cold the hunger and the marching behind it's almost too good to be true straight out of hell into something like heaven land gegen meer ok ja wir schauen uns einfach weiter cutscenes an riley how's minerva holding up she won't touch her food it seemed to take all her effort just to respond to me i see well i can't blame her she's one of the few survivors of squad f and they they might not have died if ja ja wenn wir da gewesen wären oder wir wären alle zusammen gestorben wer weiß if squad e had been quicker but if minerva stays like this yeah time heals all wounds but we don't have that luxury dammit there goes my soup are you okay that was a big one i've had enough of this crap i can't keep my appetite with all this damn shaking and the boat creaks i can't even sleep oh god i want to die mal quasi über dem gebirge marschieren sehen im tiefsten schnee aber hey das gras ist auf der anderen seite immer grüner oh yeah well we ain't a bunch of chumps on a boat that's for sure he and whose boat do you think you're on oh we can help you get some sleep hot shot no more scary ice you might not even wake up oh you think you're hot shit fine come get it ha 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 coming in with a big wind up like that i'll show you how to throw a friggin punch shouldn't we stop them they can let off some steam idiots of the land versus idiots of the sea what to do i 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 Ich habe gedacht, Kai sei die, die ist beendet, indem sie einschreitet, aber ich meine, ja, Riley hat auch ihren Zauberstab. Nein, das war ein Blinkgänger. Oh, okay. Nicht wirklich besser, aber... Okay, neue Verbündete. Der Kapitän. Ich gehe aber lieber zuerst mal ins Hauptquartier. Oh, nicht verfügbar zu diesem Zeitpunkt der Story. Na dann werden wir wahrscheinlich zuerst mal die neuen Verbündeten anschauen müssen. Guten Tag, Roland Morgan. Dies ist Marie, der Radio Officer, und Lou, der Radar Officer. Wir helfen, die Manövungen zwischen dem Schiff und den Grundfunkern zu koordinieren. Das klingt so, als würden sie sich aus der Schule kennen. Das klingt so, als würde sie sein. Ich würde sie nicht sagen. Lüfe ist immer so, wie sie das. Sie ist die beste an, was sie machte, also nicht über ihre Abilität. Ich... ich sehe. Diese jungen Pfeifen sind immer so großartig. Und du bist? Brian Haddock, Leutnant Junior Grade. Ich bin Navigator. Leutnant Haddock, es ist ein Freude zu treffen, Sir. Juste Brian ist gut. Du musst mich auswählen. Huh? Nein, ich bin auch ein Leutnant. Nicht mehr, Claude. Von diesem Tag vorhin, du bist auf den ranken Kapitän. Ich würde dich in die Hand von diesem Schiff. Die Hand von der Hand von der Hand? Aber Minerva Victor sollte eine Sicherheit über mich haben. Wir haben bereits die Poste für Leutnant Victor. Sie hat es nicht gerecht. 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 Sie hat es nicht gerecht? Ich habe dich beteiligt für die Position selbst. Nachdem du dein Reaktion. mit deinem Bezug, adaptability und der信 von deinen Soldaten, du bist ein guter Land. Sie hat es nicht gerecht. Sie hat es nicht gerecht, Kapitän Wallace? Ja, Herr. Oh, wunderschöne. Oh, wunderschöne. Well, ohne mehr Zeit, ich würde mich erklären, deine erste Mission als Kapitän. Unsere drei Snowcruisern sind gerade nach Nord, über die Crystal Sea. Unsere Neuhaven ist eine Reaktion auf Schwarzkraft, der Imperial Kapitän. Die Operation ist bekannt, mit dem Codenamen Cygnus. Es war ein Kontingenz für die Operation Norden Cross. Die Operation Norden Cross. Sie hat es nicht gerecht. Aber mit der Operation Norden Cross, auf dem Weg zurückgekehrt. Die Kommande benutzt sie als große Diversität. Und so, wir von Cygnus haben wir die Schulden für die Kapitän. Die Crystal Sea ist eine natürliche Barriere. Die Ämpire nicht erwartet einen Angriff von dieser Seite. Selbst wenn sie das tun, die Ice nicht unterstützen können, wenigstens die Infanterie in Tanks. Sie können nicht unterzeichnen oder durchführen. Diese neue Angriff, der Snowcruiser, wird uns in die Säte des Ämpire. Das ist unsere Aufgabe. Attacieren die Kapitän aus der Crystal Sea? Ich glaube nicht, dass niemand das kommt. Sie beherrn einen gesamten Konvoy, jetzt, Herr Wallers. Ich werde mich erwarten, in den letzten Jahren. Ich gebe es, alles, was ich habe, Herr. Gut zu hören. Dann gehen wir zu arbeiten. Personal wurde aktualisiert. Kann ich jetzt ins Hauptquartier? Okay, immer noch nicht. Dann wohl Stationswechsel. Ihr erstes als Kapitän ist, um einen Liedern zu sein. Was bedeutet das? Mit Ihrer Promotion, Sie werden noch ein bisschen mehr responsabilität, als du jemanden hast. Sie werden auch mehr Mitglied in der Säte E. Sie müssen sich jetzt öffnen, um neue Strategien zu öffnen. Sie sind bereits ein bisschen mit dem Lieutenant Miller und Säte Raas. Aber... Ich möchte Sie, einen neuen Squad-Mate in der Liederschaft, um zu bringen die Squad-E zu seinem vollen Potenzial. Ich bin sicher, dass es Ihnen sein wird in den Kriegern zu kommen. Danke, Herr. Ah, gib mir etwas Gedanken. Ich bin sicher, dass Ihre Wahl wird der richtige. jemanden, der fit ist, ein Liedern zu sein. Wer sollte ich wählen? Ja, genau. Ich habe es mir auch schon gedacht. Du kannst jetzt Anführungen im Kommandoraum zuweisen. Wähle einen Soldaten aus der Liste und wähle Imitar als Anführer aus. Okay. Anführerinnen, die KP im Kampf geben direkte Befehlung, können nicht fallen. Soldaten, Abrang, Unteroffizier, können als Anführer zugewiesen werden. Durch Kampferfahrung steigen Soldaten im Rang. Je mehr ein Soldat einsetzt wird, desto eher wird er zum einen Anführer. Perfekt. Wir nutzen immer etwa die gleichen Leute. Also passt das. Aber was schwirrt denn Minerva? Ja. Nein, das waren die Imperialen. Also sie hat Friendly Fire abbekommen. Aber wir haben keinen Schiss abgesetzt, also waren es dann auch nicht wir. Sie sterben, gegen das was sie glaubte, und selbst wenn es alles bliebte, sie machte alles, was sie konnte, um mich zu retten zu retten. Also werde ich sie sterben. Ich werde die Empire verletzieren und erfüllen sie ihr wünschen. Dann warum hast du nicht die... Denn du bist der besseren Kandidaten, verdammt dich! Squad F ist weg. Der einzige Kandidat von Squad D ist der Kommander. Nach der Reorganisationen, Squad E ist der einzige, mit einer wirklichen Feuerwehr. Es ist Elementari. Der einzige, der fit zu sein Kommander ist derjenige, der mit der Squad mit der Kommander. Minerva... Claude... Ich bin bereit, um zu tun, was es braucht. Ich werde alles anziehen. Wenn ich sie nicht mehr tun kann. Ich werde alles anziehen. Wenn es bedeutet, dass ich sie verletzieren kann. Wenn es bedeutet, dass wir gewinnen können. Wenn es bedeutet, dass wir gewinnen können. Bleiben in eine schreckliche Begründung von Freude wird nur noch zurückgehalten. Ich versuchte mich, wie du siehst, Claude. Gebe uns die Begründung, die du unseren Alliern versuchst. Unsere Freunde sterben, gegen das Empire. Jetzt ist es unser Geil, sie zu retten. Das ist cool. Sie waren pain in the ass, als ich gegen sie kämpfen musste. Also, yay! Diesmal kann ich sie zu meinem Nutzen benutzen. Ja. Ich weiß. Ich werde dich anschauen, Claude. Ich werde deine Begründung und deiner Begründung beurteilen. Oh Gott, jetzt sind das schon zwei Frauen, die das machen. Wenn du die Erinnerung des Soldaten, die sterben, um dich hier zu bringen. Dann werde ich dir persönlich zu ihnen antworten, um ihnen zu antworten. Gott! Jetzt müssen wir nur noch keinen Grund geben, warum sie ihn im Auge behalten muss, damit er auch ja keine Fehler macht. Dann ist es perfekt. Dann geben wir doch gleich noch allen Frauen in der Truppe einen Grund dafür. Der neuer Panzerfahrer. Der neuer Panzerfahrer. Die Glory. Die Bewaffnung des Glory. Rona pfährt den Glory, der sich mit eins von drei Waffentypen ausrüsten lässt. Panzerbrecherkanone, inklusive Mörser. Gatlingguns gegen Personen, sowie Flammenwerfer mit großer Reichweite. Welle unter Panzerteilen ändern die Glory und wechsle die Waffen. Ich frage mich, was der Flammenwerfer bringt. Okay, nicht verfügbar zu diesem Zeitpunkt der Story. Dann machen wir bei einem anderen Mal weiter. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein, wenn wir vereinte Kräfte und Vermittlung anschauen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.